Willst du ein Hamburg, das im Verkehrschaos versinkt? Ein Hamburg, dem das Klima egal ist? Oder lieber ein Hamburg mit ausgebautem und günstigerem ÖPNV? Mit mehr Radwegen? Ein Hamburg, in dem alle gemeinsam vorwärts kommen? Na, welche der beiden Möglichkeiten würdest du wählen? Die Linke, oder? Willst du ein Hamburg, das viel zu wenige und viel zu teure Wohnungen hat? Ein Hamburg voll von sozialer Verdrängung und gierigen Investoren? Oder lieber ein Hamburg, das den Mietendeckel draufmacht und konsequent die steigenden Mieten stoppt? Ein Hamburg, in dem sich alle zu Hause fühlen? Und hier die Linke, oder? Willst du ein Hamburg, das dir nur Befristungen und Leiharbeit bietet? Ein Hamburg der Ausbeutung und des Leistungsdrucks? Oder lieber ein soziales Hamburg, in dem alle gute Arbeit haben, von der sie ohne finanzielle Sorgen leben können? Na, merkst du was? Du würdest wieder die Linke wählen, oder? Dann mach es doch einfach! Am 23. Februar, die Linke wählen!